Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und dann fängt alles an. Ah, jetzt sind wir nur gelade. Oh, jetzt kommt der andere. Oh, jetzt kommt der andere. Die Kanadele. Hahaha. Oh, das Körzeln. Wir zünden die Stadt heute Wenn jetzt Sommer wär, dann wär ich hinterher Mir nen Schörl anzuziehen und dann aber ins Meer Und der Winter hier, Lecke hinter mir Ich hätt ein Eis auf der Zunge und würd nicht mehr frieren Und wenn bei dir jetzt gerade Sommer ist Und du zu Hause sitzt und nicht rausgehst Weil du mal wieder vom TV klebst Dann denk jeder an, wenn der Tag dich verliert Oh, bis sich das Wetter ändern wird Wenn jetzt Sommer wär, wenn jetzt Sommer wär Wenn jetzt Sommer wär, wenn jetzt Sommer wär Wenn jetzt Sommer wär Wenn jetzt Sommer wär Wenn jetzt Sommer wär Dann würd ich raus aus dem Hof und dann ab aufs Rad In die Batze fahren und vom Dreier springen Und nachts auf der Straße Jake Johnson singen Und wenn bei dir jetzt gerade Sommer ist Und du zu Hause sitzt und nicht rausgehst Weil du mal wieder vom TV klebst Dann denk jeder an, wenn der Tag dich verliert Oh, dass sich das Wetter ändern wird Dann denk jeder an, wenn du mal wieder 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 Jetzt gerade Winter ist, und ich den Sommer so fahne, wenn ich grüße aus dem Winter, an als Sommer kinder. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Geatrice. Ich bin selber. Ich bin selber. Ich bin selber. Jetzt kommt die Lachen. Der hat sie sich schon mit dir. Der ist ein bisschen nicht mehr. Der war ein Kind von einem klassischen Freund. Das ist ein Kind. Der ist ein Kind. Das 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 ist ein Kind. Super, Janine! Eita, Janine! Nein, Mann! Wie geht es? Sie offen ist eine deine Ayuner! Sie offen sind sie mit. Wie geht es mit Ihnen? Ja, bitte! Sie kommt hier! Ich bin ein bisschen glücklich. Möte, ein Sandwitz! Lass uns das Sandwitz! Oh, Jesus! Oh, ja! Er war ein bisschen Angst, ein bisschen Apprehensiv. Er war nur ein Junge von einem Lungen-Comprehensiv. Aber er hat sich nicht so gut gelesen. Ich fühle mich so gut gelesen. Hier, lasse ich euch. Möi, Möi! Es ist so gut. 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 Ich liebehen Sie, sie sehen Sie. Es ist so gut. Ich liebe dich, kein Liebe. Es ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020